Zu den Feierlichkeiten am Ende des Jahres, Weihnachten, Neujahr, konnten ja nicht alle Soldaten ihren Urlaub antreten und zurückfahren nach Frankreich. Die mussten hier bleiben und da gab es Initiativen von Wedding und von Reinigendorf. Die Bezirksämte haben die Bevölkerung aufgerufen, ob nicht jemand ein Soldat zu sich nach Hause nehmen möchte zu Weihnachten oder zu Neujahr. Und es gab ganz viele. Also ich weiß, Anfang der 80er Jahre, da waren so 250, 350 Soldaten, die immer den Weihnachtsabend, den Heiligabend in einer deutschen Familie verbracht haben. Die wurden abgeholt nachmittags Heiligabend und am nächsten Tag wieder zurückgebracht.